Ja, wir vom Beinwohnen und von den Wirtschaftsbetrieben hätten wir uns ganz herzlich bedanken bei der Feuerwehr und zwar in der schwierigen Corona-Zeit für die Unterstützung und für ihre Tätigkeit auch, für systemrelevanz, obwohl wir sind ja auch ein bisschen systemrelevant als Strom- und Gasversorger und wir sagen einfach nur herzlich Dankeschön für Ihr Dasein und Ihr Wirken für die Stadt Neustadt und wir haben so Dankeschönstickets mitgebracht und zwar können die Feuerwehrleute und alle bei Ihnen Beschäftigten eben umsonst auch ins Schwimmbad und sehr vergünstigt. Die Sauna ist befristet bis Oktober, aber je nachdem wann wir öffnen, verlängern wir auch die Tickets und wollen einmal Danke sagen mit einer kleinen Aktion und in der logischen Zeit ein bisschen auch zusammenhalten. Ja, ich freue mich total über diese Aktion, eine tolle Idee von dem Wirtschaftsbetrieben, denn ich finde auch, dass nicht nur in dieser Zeit, insgesamt sind wir froh, dass die Feuerwehr so stark aufgestellt ist, aber auch gerade jetzt ist es wichtig, dass die Bürgerinnen und Bürger wissen, dass die Feuerwehr da ist und dass die Einsatzbereitschaft weiterhin genauso da ist und vielleicht gibt es ein bisschen Entspannung im Ballenjohn zwischendurch und hoffentlich wenig Einsätze. Vielen Dank.